Hallo und herzlich willkommen! Ich bin's, Andreas, auf dem Kanal von Luisa, das Bücherregal. Ich habe heute den Auftrag, Luisa dabei zu unterstützen, ihre Verlosungen durchzuführen. Das wird sehr witzig, wir haben uns das eine oder andere ausgedacht, damit es nicht so sein wird, dass eine gelangweilte junge Dame hat einen kleinen Topf und rührt gelangweilt in irgendwelchen Losen drin rum. Wir haben uns diesmal etwas ganz Besonderes überlegt. Ja, was ist es denn das Besondere? Das Besondere ist die Lostrommel. Seht selber, ich habe nicht nur die Lose in die Lostrommel gepackt, sondern die Glücksfee gleich dazu. Schaut es euch an! So, Luisa, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Verlosung. Vielen Dank! Und schauen wir mal, was es wird. Bis gleich! So, die erste Gewinnerin haben wir ja schon. Es ist Alina Cherry. Aber natürlich gibt es noch mehr zu gewinnen. Ich habe jetzt alle blauen Lose aussortiert. Jetzt kommen die gelben dran. Die gelben Lose sind die für den Gugli Bag. Das war definitiv das, was die meisten haben wollten. Ich lege die jetzt einfach mal hier so mit drauf. Gleich beim Werfen verteilt sich das sowieso. Und ich würde sagen, es wird Zeit für die zweite Glücksdusche. Und ich würde sagen, es wird Zeit für den Gugli Bag. Und last but not least, würde ich sagen, es ist Zeit, mein Namensvetter zu verlosen. Nämlich das Bücherregal oder je nachdem sogar mehrere Bücherregale. Aber mischen wir erstmal die Lose und das Konfetti. So, hier sind die Lose. Hier ist das Konfetti. Und diesmal mische ich es ein bisschen besser durch, damit ich die Lose auch noch wieder finde. Also ihr seht, ich habe es gemischt. Und es wird Zeit für die dritte Glücksdusche. Und das ist das Konfetti. Es scheint, als ob unsere drei Gewinner feststehen würden. Oder sollte ich sagen, unsere drei Gewinnerinnen. Die Bücher gehen an Alina Sherry, der Goodie Bag geht an Jojo Scar und das Bücherregal, oder möglicherweise auch die Bücherregale, gehen an Melissa Agathe. Herzlichen Glückwunsch euch dreien. Ich hoffe, dass ihr euch darüber freut und dass es auch eure Erstmal war. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Emily Jonas bedanken, die ja den ersten und zweiten Preis zur Verfügung gestellt hat. Ohne sie wäre eine so großartige Verlosung definitiv nicht möglich gewesen. Deswegen verlinke ich euch auch nochmal ihre Autorenseite unten in der Infobox und ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr auch mal bei ihr vorbeischaut. Ihre Bücher sind einfach großartig und das ist auch eine super sympathische Frau. Was müssen aber unsere drei Gewinner jetzt tun, um an ihren Gewinn zu kommen? Im Verlosungsvideo habe ich schon gesagt, ihr müsst mir dann an meine E-Mail Adresse, die findet ihr unten in der Infobox oder auch in der Kanal Info, eine E-Mail mit eurer Adresse schreiben und schreibt mir nochmal dazu, wie ihr auf YouTube oder Facebook, wo ihr euch beworben habt, heißt, damit ich auch weiß, dass ihr es wirklich seid. Und ja, ihr habt eine Woche Zeit euch zu melden, sonst werde ich die Preise neu auslosen müssen, also dann nur jeweils den. Und das war es auch schon soweit mit meinem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video gehabt. Ich muss sagen, es war zwar aufwendig, aber es war auch wahnsinnig lustig. Vielen Dank nochmal an meinen Vater, den Kameramann und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal!